Hier, das muss es sein, was wir suchen. Heben wir diese herunter. Brechhassen. Sehen Sie hin, Ritter. Das ist das Übel, gegen das wir kämpfen. Vampire? Unmöglich. Aber wie? Die Halbblüter festigen ihre Macht. Mit dem Schutz der Lykaner in ihrem Land verbreiten Lord Hastings und seine Vampirbrut ihre Seuche... Lord Hastings? Hier kann keiner von ihnen sein! Viele in Whitechapel haben ihren noblen Lord spät in der Nacht auf der Jagd nach gefallenen Frauen beobachtet. Die Ripper-Morde. So nennen sie sie doch. Wie konnte sich der Mörder, ihrer Meinung nach, Commissioner Doyles Fangnetzen so lange entziehen? Whitechapel ist zum Nährboden der Brot geworden. Wie viele von denen sind noch hier? Genug, um eine Stadt zu verseuchen. Die hier ist fertig. Erledigt. Hier drüben. Ich zünde die Kisten an. Lenken Sie die an! Kursler, Zeit lang! Ich gehe so schnell ich kann! Hier brennt alles. Ich gehe in den nächsten Bereich. Der Klo ist der Koffer. Auskomme durch. Haltet sie auf! Ich schlaue nach! Ich schlaue nach! Ich schlaue nach! Die Stats und der Wache getroffen! Die Stats und der Wache getroffen! Was ist das? Das war die Letzte! Sieh zu! Lucana! Sieh zu! Sieh zu! Sieh zu! Sieh zu! Sieh zu! Das macht zwei! Hier drüben ist deine Tür! Rani, bist du hier drin? Debbie! Bin ich froh, deine Stimme zu hören! Rani, bist du verletzt? Nein, noch nicht, aber schnell, versuch die Tür aufzubrechen! Report, Rani! ... Leuk! Geh! Lucana! Nutzen re shelter! Nicht der Rani! Ich hätte nicht gedacht, dich wiederzusehen, Tochter. Wie habt ihr uns gefunden? Dafür ist keine Zeit. Die Truppen der Kompanie sammeln sich bei der Werft. Wir müssen fliehen. Ritter, fordern Sie es nicht heraus. Wir sind hier fertig.